irgendwo hier sollte oben, achso ja der hat schön erledigt die yeah sniper das habe ich gewartet wow ich nehme aber die wechsel ich, weil die ist besser och ne nicht diese Waffe, ist schon stark aber muss ja aufpassen wo uh nice da ist einer ha boah diese Waffe ist ziemlich geil da ist oh hab ihn getötet so leute ich werde dir sagen das war's für diese Folge haben wir neue sniper bekommen und ja bis dahin und nächstes video tschüssi